happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die geburtstag haben und herzlich willkommen bei red.gambl ich spiele heute mal wieder free firemax spiele battle royale und danach spiele ich clashed mod so wie immer dann wünsche ich euch mal viel spaß ok die aufwärmrunde battle royale geht los obwohl es ist ja keine aufwärmrunde weil ich würde sagen battle royale weil das ist ja battle royale und kein battle royale geht bei battle royale würde ich sagen ist seine aufwärmrunde aber mit royal sind ja irgendwie immer mehr spieler als bei brinke drin keine ahnung warum so ich mache das wie immer springe raus ich renne dahin wo der computer sagt wo ich hin rennen soll also ich darf nur das und ich darf nur immer den haufen einzelnen wo der computer sagt dass ich da hin rennen darf auf den haufen auf denen ich lande den darf ich natürlich einsammeln und ich bin auf keinen gelandet und wenn ich leute töte die darf ich auch einsammeln wo ist hier was dahinten da hat es dünn gemacht hinlaufen ein bisschen leise hier beim headset es hat wieder dort gemacht da hinten dort ok ok den darf ich einsammeln den habe ich gekillt weit 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 weg 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 er war fleißig ansammeln wir können mal weiter runter da ist ein spieler ein spieler ein spieler Ah, fast auf einmal springt er um. Nice. Hm. Das ist ein Hecht. F. Okay. Was mag der Knurrt? Ich habe gerade gegessen. Als wenn es in der Verbotszone ist. Das muss ich aber langsam weg. Okay. 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 Oh, da laufen welche. Die Armee. Achso, und ich probiere einmal mit der Waffe, die ich habe, die ich eingesammelt habe, mindestens ein Kehl zu machen. Mit der Schrotflitter habe ich schon ein Kehl gemacht. Mit der Farm ist ein Kehl gemacht. Jetzt würde das Katar dran sein. Würde jetzt wahrscheinlich auch passen. Was? 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 Oder? Triple kill Oh, ein Spieler. Ok, der Spieler ist weg. Weiter laufen. Ach, ja. Oh, da ist eine bessere Rüstung. Hinlaufen, schneller. Ok. Der Spieler hat bestimmt auch besseren Helm gehabt. Besser einer von den beiden hier sein. Hmm. Das wird so knapp. Ok, jetzt so. Schneller. Ich habe noch gar keinen Pilz genommen. Obwohl, jetzt nehme ich ja hier meinen. Ich nehme mir keine Angst. Wils, was ich? Ja, wir sind keine Angst. Okay. Oh, das war der Letzte. Gut, die Aufwärmrunde ist fertig. Gerade weil ich am Ende wieder hochkonzentriert habe, war wahrscheinlich mein Gesicht gesehen. Wie immer. Warum steht mein Greenstream eigentlich so weit weg? Naja, aber es passt ja, oder? Oh, ne, ich fülle da unten was von meinem Boot und hier, äh, hier, da. Warte mal. So. Okay, gut. Ich, Nummer 1, Spoiler von 50 Leuten. Das ist Spoiler. Naja, da will ich mir sagen, wir gehen weiter in CS-Modus rein. Okay. Viel Spaß. Und los geht es. Was ist der Projekt für mich? Ich auch. Mein Lieblingskauf von Anfang. Einmal die Rüstung, die Level 1 Weste und ein Pilz. Und los geht es. Okay. Okay. Gut. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt bleibe ich bei der Rüstung. Ich laufe mit meinen Pistolen hier weiter rum. Du wolltest so einen Pilz haben. Bitteschön. So, ich renne hinter. Die dürfen nicht so weit weg sein bei mir. Ich bin nicht so weit weg. Double kill Okay, schön. Oh, schon wieder echt der Beste. Hätte ich gerade wirklich nicht gedacht, weil die anderen haben ja schon geschossen, wo ich unterwegs war. Aber anscheinend. Ach, jetzt habe ich meine Pilze gar nicht genommen. Ich brauche einen Pilz. Hat einer hier einen Pilz? Keiner einen Pilz für mich? Ich brauche einen Pilz. Schade. Erst eine Pilz. diesmal war ich nicht der beste so ich werde jetzt mal scharf schützengewehr nehmen ich laufe dahinten ich probiere immer hinten rum zu laufen we Ok Gewonnen Das war mal eine leichte Runde Ich habe gar nicht mal so viel Schaden gemacht 1500 Ich war nur der drittbeste Gut, egal Es hat gereicht für den Sieg Und für den MVP Obwohl ich, wie gesagt, sage Ich bin nur der drittbeste Na gut Dann sage ich mal Dankeschön für's Zuschauen Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal über euch seid Bis zum nächsten Mal, viel Spaß und auf Wiedersehen Tschüss